Für mehr Lebensqualität, Villecasa, Euer Vermachter von Wohneigentum mit Namen Markus Gerber. Das Projekt PIA ist nicht nur ein Name, sondern ein Gefühl. 4,5 Zimmer Wohnung im ersten Obergeschoss, das Richtung Süden ausgerichtet ist. Eigen Terrasenplatz inklusive Bergola und Sondernutzung. Optimale Besonung und das gibt zusammen eine wunderbare Wohlfühlasen. Zfuss sind diese 7 Minuten beim Bahnhof oder im Einkaufszentrum Terminus. Es ist ein Wohnort, wo man bis in das hohe Alter sein kann und das Leben geniessen kann. Das Projekt PIA steht für P für Proaktivität, also vorausschauend Handeln. I für intuitives Handeln, lässt Euer Bauchgefühl handeln. A für Aktivität für ein langes Leben. Dort habt ihr Fragen oder wünscht noch mehr Informationen für eure Lebensqualität? Das stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020